Sportbund Rheinland Mit Basketball in der Pro A Unsere Gladiators aus Trier Empfangen die Gäste aus Kirschheim Um 19.30 Uhr Ist Sprungball in der Arena in Trier Und weiter geht es Am Sonntag mit Badminton In der 2. Bundesliga Unser BC Rehmagen Empfängt den TV 1860 Hofheim Das Ganze fängt um 14 Uhr In der Rheinlandhalle in Rehmagen an Und zum Schluss noch Unser Aktivtipp Der SV Urmitz veranstaltet am Samstag Ihre Zumba Fitness Party Los geht es um 18 Uhr In der Peter Heringhalle in Urmitz Das waren sie wieder Unsere Sporttipps vom Sportbund Rheinland Bis nächste Woche